Man hört Explosionen, das Feuer der Kanonen, bald kommt der entscheidende Kampf. Sie sagt, die Stunde der Traumbrin bricht an! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Hearthstone-Video hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Rod Meck und wir werden uns heute mal wieder ein paar Kartenpackungen öffnen. Und zwar habe ich mir das Kartenpaket vom Winterhauch festgeholt, was 30 Karten beinhaltet von den letzten Erweiterungen. Alle die Erweiterungen, die momentan noch im Standardmodus vorhanden sind. Außer Erben der Drachen, aber da habe ich auch noch 8 Kartenpackungen übrig, die wir auch heute öffnen wollen. Insgesamt sind es 40 Kartenpackungen, denn ich habe noch glaube ich 2 Kartenpackungen von Verschwörung der Schatten noch zusätzlich. Werdet ihr gleich alles sehen. Was ich euch noch zeigen will, ist, was ihr für dieses Kartenpaket erhaltet. Und zwar wie gesagt gibt es 30 Kartenpackungen, jeweils 6 Kartenpackungen der letzten 5 Erweiterungen. Plus ihr kriegt auch noch, und das will ich euch gleich mal zeigen hier, einmal einen Kartenrückchen und dann auch einmal einen Skin, den man hier sich holen kann. Und der Skin, das ist der hier. Lass mich euch eine Geschichte erzählen. Der gute Geschichtenerzähler. Mütterchen Haselborte. Das ist der Skin, den ihr da erhaltet, wenn ihr diese 24 Euro sind es glaube ich, ausgebt. 30 Kartenpackungen und ein Kartenrückchen, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ah hier, der hier. Genau. Das ist also das, was ihr erhaltet. Und wir wollen uns jetzt anschauen, was wir denn hier für Karten rausbekommen. Wie gesagt, ich habe noch 10 Kartenpackungen mehr, als im Paket drin waren. 2 hier von Verschwörung der Schatten und 8 Erben der Drachen, denn die sind nicht mit enthalten. Das ist ganz wichtig. So, wir beginnen mal unten beim Hexenwald. Ja, die Kartenpackungen des Hexenwaldes sind auch immer noch im Standardformat spielbar. Und dann würde ich sagen, wir starten mit der ersten Kartenpackung. Los geht's. 30 Kartenpackungen, beziehungsweise 40 Kartenpackungen. Ich hoffe doch sehr, dass wir mindestens 2 legendäre Karten rausziehen. Wir werden es sehen. Auf geht's. Hier schon mal eine seltene mit dabei. 2 seltene. Gibt auch schon mal ein bisschen mehr Staub. Ist auch okay. Können wir uns was craften. Tadel, Rohling der Rüpelbande und Eilboten. Golden und Sendik Lebenssauger. Wird sehr oft noch gespielt. Eine sehr schöne Karte. Jetzt in Golden vorhanden. Und Milizkommandantin. Auch die Karte. Natürlich Staub. Aber eine goldene, seltene. Das nehme ich gerne. Wir machen weiter mit dem Hexenwald. Und da haben wir schon mal wieder eine seltene. 2 seltene wieder. Eine epische. Ja, das beginnt ja schon mal gut hier. Schauen wir uns das an. Eilboten. Oh, dann kommt es wieder den seltenen. Geistermiliz und verhexter Wächter. Alles natürlich Staub. Aber was ist hier drin? Da bin ich gespannt. Wir haben Wurkenmonstrosität. Okie dokie. Nehmen wir natürlich. So. Gibt auch Staub. Versteht sich von selber. Aber viel Staub. Hier eine seltene. 2 seltene. Bisher gar nicht mal so eine schlechte Ausbeute. Sumpfegel, Spucklichtangler und Hexenwaldapfel. Das sind die drei gewöhnlichen Karten. Und die seltenen sind Erdene Macht und Geisterstunde. Ok. Nehmen wir mit. Wir sind bei der Hälfte von den Hexenwaldpackungen. Es geht direkt weiter. Wieder eine epische Karte mit dabei. Das freut den Rotmeck natürlich. Und eine seltene. Golden und Gewöhnlich. Verrückter Professor. Dann Dunkelmormundkin. Blutrünstiger Bukanier. Die seltene hier ist Hexenwald Grizzly. Und episch haben wir hier Spektrales Entermesser. Okie dokie. Auch die Karte habe ich schon zweimal in meiner Bibliotheke. Von daher den Staub nehmen wir auch gerne. Ich muss mir noch einiges craften, habe ich gemerkt. So. Eine seltene. And that's it. Tollwütiger Worken. Teufelsseelen. Inquisitor. Quarzelementar. Und Nachtsauger. Und die seltene ist Nymphö des Hexenwaldes. Gut. Und wir kommen zur letzten Hexenwaldpackung. Ja. Sechs Packungen sind gleich vorbei. Und wir haben schon zwei epische Karten mit dabei gehabt. Da lässt sich nicht klagen. So. Gotteshymne. Zweimal. Hexenwaldwichtel. Und Giftbruthuscher. Okay. Und die seltene ist hier der Sturmläuter. Alles klar. So. Wir machen weiter. Und zwar mit Doktor Boom's Geheimlabor. Lass sehen. Was haben wir hier alles drin? Doktor Boom's Geheimlabor beginnt mit nur einem seltenen. So schlecht, was selten vorhin beim Hexenwald, ja? Bombenwurf, Wirbelgleiter, überspannte Elektrikerin und federgetriebene Rakete. Die seltene ist Funkenantrieb. Die seltene ist Funkenantrieb. Okidoki. Okidoki. Es geht weiter. Nächste Kartenpackung von Doktor Boom's Geheimlabor. Boah. Was haben wir denn hier? Na, die Kartenpackungen sind nicht so toll hier. Was wollen wir denn? Wir müssen es nehmen. Dämonisches Projekt. Beschädigter Steckotron. Bombenwurf und Wirbelgleiter. Und dann haben wir hier noch Meteorologin für den Magier. Kartenpackung Nummer 3. Oh, lass jetzt mal was Gutes dabei sein. Eine seltene, eine epische. Ah, sehr schön, ja? Zumindest das. Robo-Kraft-Protz, die Rakete wieder, Forschungsprojekt, die seltene. Schrumpfstrahl. Und die epische Karte. Golden und episch waffenfähige Piñata. Sehr schön in golden. Nehme ich die gerne natürlich. Spiele ich zwar nicht, aber ich nehme sie gerne. So, es geht weiter. Und zwar haben wir hier eine seltene. Ich sammle die goldenen. Das wisst ihr ja. Weil ihr ja aufmerksame Zuschauer seid, ja? Glonomat ist dabei. Verteidigungsmatrix. Toxikologin und Tarnschuppen-Chemikerin. Und die seltene hier ist Negrium-Klinge. Noch zwei Kartenpackungen von Dr. Booms Geheimlabor. Da ist noch nicht Allertageabend, aber auch hier. Oh, noch eine epische. Sehr schön. So darf es echt weitergehen. Noch keine legendäre, aber jede Menge epische Karten. Und goldene Karten auch, ne? Gefällt mir. Bronze Torwächter. Zweimal dabei. Drohender Nimbus einmal. Dann haben wir hier modulare Bedrohung. Und die epische ist Zephyr-Bomberin. Zephyrium-Bomberin. Okay. Die letzte Kartenpackung von Dr. Booms Geheimlabor. Eine seltene. Ja, gut. Die legendären behalten wir uns auf. Dann am Ende für das aktuelle Add-on. Erben der Drachen. Ja. Aber jetzt schauen wir uns mal an, was wir hier noch alles kriegen. Laboranwerber, Blitzdings, Aeternium-Flitzer und Stahlwüter. So wie Funkenantrieb. Okay. Auch da wieder jede Menge Stau mit dabei. So, wir kommen zur nächsten Erweiterung. Und das sind die Kartenpackungen von Rastakans Rambazamba. Dürfen wir gespannt sein. Sechs Packungen wieder. Wir haben jetzt jeweils in jedem Paket, quasi in jedem Add-on, haben wir zwei epische Karten gehabt. Das ist eine gute Bilanz. Muss ich sagen. Das ist eine sehr gute Bilanz. Hier fängt es an mit einer seltenen. Sportsfreundin, Drachengebrüll, Alkanosaurus, Bananenschelm und die seltene Karte ist Sumpfschwapper. Okay. Es geht direkt weiter. Wir bekommen hier eine seltene. Ist ein bisschen mau, ne? Blinde Jägerin, Bananenschelm nochmal, Eisenhaut, Terrorhorn und Kriegsbeil des Kopfjägers. Wie selten ist Geist des Raptors für den Druiden. Wir sind bei der Hälfte von Rastakans Rambazamba, wenn wir die Kartenpackungen geöffnet haben. Eine seltene ist schon mal mit dabei. Zwei seltene ist besser als alles andere, was wir bisher in diesem Add-on hatten, ne? So, Zauberfurie, Obermakarpeitsche und Ticketvertickerin. Okay. Golden und selten Sumpfschwapper und Enterkommando in selten gewöhnlich. Wir kommen zur zweiten Hälfte von Rastakans Rambazamba und da beginnen wir mit der zweiten Hälfte mit einer epischen, ja, sehr schön und eine seltene. Obermakarpeitsche, Moschok, Ringrichter und Rausschmeißerin. Die seltene Karte ist hier Geist des Heiß und die epische. Großer, böser Voodoo für den Schamanen. Nehmen wir alles. Also eine epische auch hier mit dabei. Ja. Gibt's nochmal eine epische? Wäre ich dann zufrieden. Aber momentan nö mit Ö. Elementarbeschwörung, Köderpfeil, Verheeren. Dann gibt's Kriegsbär der Armani und die seltene Karte ist Geist des Frosches für den Schamanen. Letzte Kartenpackung. Noch eine epische. dann haben wir überall zwei mit dabei gehabt. Wäre super. Wäre super, aber Blizzard sagt, wäre, ist aber nicht. Wir haben hier über die Planke Halbzeitplünderin, Obermakarpeitsche, Drachenballversänger und die seltene Karte ist hier Merlock Gourmet. Neh. Hm. Also. Hier haben wir jetzt eine epische gehabt. Wir haben jetzt insgesamt, ähm, lass mal rechnen, 18 Kartenpackungen geöffnet. Wir hatten insgesamt 5 epische Karten mit dabei. Ein paar goldene auch, aber noch keine legendäre. Das macht mir so ein bisschen Sorgen bisher. Aber die legendären dürfen noch kommen. Zwei möchte ich also mindestens haben. Das ist ein Minimum, ne? Also. Wir beginnen mit der nächsten Erweiterung und das ist hier Verschwörung der Schatten. Da habe ich 8 Kartenpackungen. Eine mehr. Schauen wir mal, ob das ein bisschen mehr Glück bringt. Wer weiß. Ja, da ist sie. Wo kann ich sagen? Die ist verschwunden, ne? Ne, ist natürlich da und wir kriegen eine seltene erstmal. Aber eine goldene, waghalsige Flucht. Sehr schön. Für mein, äh, Schurkendeck, das immer nicht ausgereift ist. Aber die nehmen wir. Mörlokseelen, rastlose Seele, übel Kabelratte und die seltene ist Kloakenschlamm. Okidoki. Ich bin dann gespannt, wie viel Staub wir gemacht haben in diesem Video. Werden wir am Ende auch noch uns anschauen, wie viel Staub das insgesamt gegeben hat. Zwei seltene mit dabei. Sonnenhäscher-Spionin, Arkandina und Giftflosse. Golden und selten Schimmerfalter für den Jäger. Ja, ja, nicht allzu schlecht. Und letztes Mittel auch hier für den Paladin mit dabei. So, ein Viertel von Verschwörung der Schatten haben wir jetzt durch. Es geht weiter. Ein epische. Nice. Und wir haben hier Mörlokseele Violette Magierkriegerin Froststrahl. Die seltene ist hier Sonnenhäscher-Magierin und die epische Riesenwichtel für den Hexenmeister. Sehr nett. Wir kommen zur nächsten Kartenpackung. Und da haben wir eine seltene. Mehr gibt's nicht. Dalaran Bibliothekarin Motivationsschub Froststrahl Übeldenker und die seltene ist hier Trimagierin von Dalaran. Okay. Primagierin von Dalaran. Wir sind bei der Hälfte von Verschwörung der Schatten. Wir hatten da eine epische mit dabei. Lass eine zweite mit dabei sein. Momentan noch nicht. Wir kommen zu den normalen, zu den gewöhnlichen Karten in dieser Packung. Violette Wächter Dr. Wumms Plan Violette Magierkriegerin und Mutieren. Die seltene ist hier getarnter Spion. Ja. Okay. Staub, Staub, Staub. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Und da haben wir in der nächsten Kartenpackung eine zweite epische. Sehr schön. Er zieht sich also schön durch hier. Zieht sich wirklich schön durch. Stachel der Rüpelbande, Ursatron und Trankhändlerin sind da erstmal mit dabei. Dann Schimmerfalter, diesmal nicht in Golden. Und jetzt die epische Arkane Pfeilmacherin. Ja. Nehmen wir. Spiel ich nicht, aber nehmen wir. Wir haben noch zwei Kartenpackungen und eigentlich ist das Soll bereits erfüllt für hier. Aber legendäre Karten haben wir bisher noch gar nichts. Dritte epische. Ei, ei, ei. Da geht aber was bei Verschwörung der Schatten. Motivationsschub, Übelanwerber. Golden und selten, weitreichende Stoß und verbotene Worte sind da alle mit dabei. Die epische ist hier Schraub Kalibur. Auch das ist natürlich Staub, aber viel Staub. Epischen Staub. Nehmen wir gerne. Nächste Kartenpackung. Was haben wir hier alles? Und auch da gibt es keine legendäre Karte. Okay. Mutieren, Flugmeister, Eichhorn-Trägerin und Murloc-Seelen. Dann gibt es noch Sonnenhäscher-Magierin. So, Freunde. Auch hier haben wir jetzt drei epische Karten mit dabei gehabt. Heißt, wir haben jetzt im Schnitt für jedes Addon zwei gehabt. Heißt, bisher haben wir keine Ahnung, acht epische Karten gehabt. Was sicherlich nicht so schlecht ist, ja. Kann man nichts sagen. Wir machen aber weiter mit der zweitletzten Erweiterung für heute und zwar Retter von Uldum. Haben wir sechs Kartenpackungen. Jetzt dürfte so langsam aber eine legendäre mit dabei sein, ne. So langsam dürfte das hier. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine seltene. And that's it. Übel Totem Knochengespenst Tempel Berserker Krieger von Anubisat. Die seltene ist Alpha Hyäne. Ja, die nehmen wir alle mit, aber ist nichts besonderes, ja. Lass weiter gucken. Was kriegen wir denn hier? Eine seltene. Golden und gewöhnlich schlechter der Nefazet, dann Kobold Sandkrieger, gut gelaunte Gefährtin und Sandhuf Wasserträger. Okay, die seltene ist verborgene Oase. Wir kommen zur dritten Kartenpackung von diesem Add-on Bretter von Uldum. Eine seltene. Sehr schlechtes Add-on bisher. Sehr, sehr schlechtes Add-on. Finsteres Scheusal, gepanzerter Fliege, Sandsturm Elementar, gut gelaunte Gefährtin und Kartus Beschötzer. Wir sind bei der Hälfte von diesem Add-on und ich muss sagen, bisher sehr enttäuschend. Sehr enttäuschend und es geht gleich weiter in diesem Takt. Kobold Sandkrieger, Wüstenskorpion, Phalanx Kommandant, Käfersammler und Überfluss. Habe ich die zweimal schon? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Vielleicht ist die jetzt neu in der Bibliotheke als zweites Stück. Eine Seltene wieder. Wie richtig schlecht, wie richtig schlecht diese Erweiterung. Übel Beschwörerin, Einbalsamierung, Murmi und Wüstenassassine. Die Seltene ist Verborgene Oase. Oder kommen wir zur letzten Kartenpackung von diesem Add-on, Retter von Uldum, was bisher sehr enttäuschend war. Zumindest in der Ausbeute. Das Add-on selber gefällt mir nicht ganz gut. Zwei Seltene. Okay. Tretfalle, Jagd Rüstung, Hakenkrumm Säbel und verborgene Oase und Großmumie. Okay. Kommen wir zum aktuellen Add-on Erbe der Drachen. Und da erwarte ich jetzt tatsächlich mindestens eine legendäre. Meine Güte, noch keine legendäre Karte mit dabei. Jetzt darf es aber hier regnen. Legendäre Karte darf es jetzt hier regnen. Und zwar beginnen wir mit einer seltenen Kerzenatem ergebene Fanatiker. Teuflisches Ritual, Schuppenreiterin und die seltene ist hier Atem der Ewigen. Nächste Kartenpackung. Lass was regnen hier. Eine epische und eine seltene. Zumindest das. Jüngerin von Galakrond, Zwergenschafsschütze. Jüngerin von Galakrond zum Zweiten. Die seltene ist gerechte Sache und die epische Schreckensrabe. Okay. Brauche ich nicht unbedingt. Nehme ich aber als Staub. Eine seltene wie schlecht Feuerfalke, Gyrokopter, Fallschirmbrigantin, urzeitlicher Forscher und die seltene ist hier Schatzplünderin. Richtig schlecht bisher. Richtig schlecht. Eine epische, ja, aber ich will jetzt echt mal eine legendäre. Das darf ja nicht wahr sein hier. Auch hier wieder gar nichts. Hippogriff, Bernsteinwächter, Gobogleiter und Feuerregen. Selten ist hier Traumatem. Okay, wir sind bei der Hälfte von Erbe der Drachen. Jetzt komm, lass jetzt was regnen hier. Golden schimmern. Schimmere golden, es will nicht. Wieso denn nicht? Riesenwäppling, leckerer Fliegefisch, lebender Drachenodem und Sturmjäger, alle mit dabei. Und die seltene Schatzplünderin auch, aber keine legendäre. Das darf ja nicht wahr sein. Hast Blizzard mich? Was denn hier los? Was ist denn hier los? zwei seltene, aber auch das. Abyssal Beschwörerin, Riesenwäppling, wendiger Würm und golden und selten Luftschiff, da will ich hey. Ja gut, das Luftschiff ist schön, in golden, in meinem Piratenkriegerdeck, was ich noch machen will. Aber da auch hier, nichts, nichts mit dabei. Ergebende Fanatiker, Blutsegel, Fliegerin, Schuppenreiterin und Bombardierin. Alles weiblich hier, und besiegelte Schicksal. Okay. Und wir kommen zur letzten Gartenpackung, jetzt aber, komm, jetzt eine legendäre aber. Meine Fresse, das darf ja nicht sein, oder? Eine epische. Eine epische. Riesenwäppling, Übermacht, getarrtes Luftschiff, selten haben wir hier Drachenmalwilderer und was haben wir denn hier? Koboldstibitza für das Piratendeck. Okay, aber wie schlecht war das denn bitte? Gute Auswerte von den epischen Karten. Absolut, kann man nicht sagen, aber keine einzige legendäre Karte mit dabei. Das ist dann doch besorgniserregend, würde ich mal meinen. So, wir schauen mal an, wie viel Staub wir da gemacht haben. Und zwar gibt es 2235 Staub, das nehmen wir, entzaubern, bitteschön. Das, ja, gibt gut Geld, gibt gut Staub und damit kann ich dann wieder eine legendäre craften und vielleicht noch zwei epische Karten. Wäre gar nicht mal so übel. Danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, auch wenn es keine legendäre gab, aber ein paar epische, dann Daumen nach oben bitte, würde mich sehr freuen. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr so für eine Ausbeute als letztes gehabt und dann hoffe ich, ihr abonniert den Kanal auch, schön dolle, damit ihr auch kein Video auf meinem Kanal verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Rotmek. Ciao!